Hallo liebe Leute, hier habe ich von Amazon einen Geldbeutel zum Testen bekommen. Schauen wir uns das Teil mal an. Es ist in einem Karton geliefert, in einer schönen Verpackung, wunderschöne. Und innen drin ist nochmal so ein kleiner Beutelchen. Und in diesem Beutel ist natürlich unser Geldbeutel drin. Und schauen wir uns das Teil mal richtig genau an, wie das ausschaut. Es ist eine ultra dünne Geldbeutel. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr dünn. Und es ist wirklich sehr gut verarbeitet auch. Also keine offene Nähte oder schlechte Nähte. Nein, es ist wirklich gut. Da vorne haben wir zum Beispiel eine Kreditkartenschacht oder ein zweiter haben wir zwei Stück. Oder man kann da auch Clubkarten reintun oder andere Karten, Ausweis. Und hier hätten wir nochmal einen Platz und dann in der Mitte nochmal einen Platz für Kreditkarten, für Ausweis, für Fürschein. Und hinten hätten wir nochmal einen Platz und dann hätten wir nochmal drei Plätze frei hier. Also es ist genügend Platz da drin. Wirklich sehr, sehr viel Platz. Man kann da sehr viel reintun. Also von Kreditkarten für Scheinausweise, Bankkarten und natürlich muss man auf Münzen verzichten. Bei dem hier ist es eher für Kreditkarten, Bankkarten gedacht. Und es ist auch RFID und NFC geschützt.